meine Fahne bleibt nie mensch was leute ein ganz herzliches halle hallo ihr seht schon angelo wird erst mal geguckt und ich sage euch mein tipp zu leon gegen den fc bahn münchen ich bin gerade im urlaub im bayerischen wald morgen geht es zu ja leute morgen geht es zum haus auf jeden fall leute mein tipp zu leon auf jeden fall leon gegen den fc bahn münchen ist es jetzt zwei minuten ist jetzt anschluss ich hoffe das video kommt davor noch an wahrscheinlich nicht aber egal auf jeden fall mein tipp leon gegen fc bahn münchen mein tipp werden 3 1 für bayern ja in der toilette wird aber kein wasser dran sonst werde ich das ganze haus überschwemmt von kacke weiß was ich auf jeden fall leute leon gegen fc bahn münchen in bayern gewinnt 3 1 leute ich wünsche euch einen schönen tag tschau tschüss gute nacht leute kann euch jetzt bei leon gegen bayern 3 1 für bayern ich bin schwul